Jetzt geht es los mit dem Video Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Wann sind wir endlich da? Bei Tante Rieke! In fünf Minuten, Marlenchen! Kinder, mein Bruder Jens kommt zu uns mit seiner Familie! Wie toll! Oh nein, Schatz! Wir haben kein Hähnchen für den Jens gekauft! Jürgen, der Jens wird es auch heute ohne Hähnchen überleben! Da kommen sie! Schnell runter! Hallo Tante Paula und Familie! Hallo ihr Lieben! Kommt rein! Hallo Rieke! Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen! Ja Bruder! Ja Bruder! Lass dich drücken! Ja! Hört mal alle zu! Wir gehen jetzt auf der Jäze Kanufachen! Ja! Juhu! Ich freue mich! Los geht's! Hier sind die Schwimmwesten! Sieht sie bitte an! Wir beide brauchen keine Schwimmwesten! Stimmt's Jürgen? Genau! Jens hat recht! Alle kommen in mein Kanu! Nur Ella, Clara, Jens und Jürgen kommen in das zweite Kanu! Jetzt geht die Fahrt los! Das ist eine schöne Kanu-Tour! So ruhig und entspannt und so schöne Natur! Clara, hoffentlich benehmen sich unsere Papas! Ja, das hoffe ich auch! Jürgen, wir können doch viel schneller und besser Kanu fahren als die anderen! Klaro! Das zeigen wir Ihnen! Oh nein! Was machen Sie jetzt? Jürgen, wir fahren zu schnell! Nee, wir fahren nicht zu schnell! Oh nein! Nein, sie sind ins Wasser gefallen! Mensch, Papa! Jetzt bin ich nass! Ja, Ella hat recht! Es tut uns leid! Wir gehen da vorne raus! Brrrr, ist mir kalt! Mir ist auch so kalt! Brrrr! Ella und Clara steigt bei uns ein! Die Väter müssen alleine nach Hause paddeln! Danke, Mama! Jürgen, paddele schneller! Mir ist so kalt! Ich versuche es! Mir ist auch so kalt! Da kommen ja die beiden! Jens und Jürgen, ich helfe euch hoch! Danke, mein Schatz! Danke, Paula! Tschüss, Rieke! War schön mit euch! Tschüss! War schön mit euch! Tschüss! Hallo zusammen! Das war's schon mit dem Video! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Kanu fahren macht großen Spaß, wenn man dabei nicht ins Wasser fällt! Und auf der Jeze, das ist ein Fluss in Salzwede, kann man sehr schön kanufahren! Da ist es schön ruhig und gibt es schöne Natur, leider nur viele Brennnisse! Wir sehen uns nächste Woche vor einem neuen Video! Tschüss! Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben! Wenn ihr bei Ella klickt, könnt ihr unseren Kanal abonnieren!